So, einmal im Auto. 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 Was ist mit ihm passiert? Er ist tot schätze ich. Und sie ist danach verschwunden. Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben! Ich dachte mit den Zomrack-Chips tanzt keiner mehr aus der Reihe! Sieh mal hier! Siehst du das? Das macht mir eine Scheiß-Hangst, Mann! Dieser Zombie soll in Smithville Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben. Das war der erste Ausbruch nach Willow Matt. Sieh dir seinen Hals an! Nein! Nein, nein, nein! Scheiße, Mann! Was bedeutet das? Ich weiß es nicht! So ein Mist! Wir müssen uns erst auf die lösbaren Probleme konzentrieren, ja? Wir hauen ab und finden dann raus, was vor sich geht. Du hast den Schlüssel, richtig? Scheiße! Diese Gang-Typen haben mich ausgeraubt! Ich war so fertig! Sie haben den Flugzeug-Schlüssel! Nick, holen wir ihn zurück! Oh Gott! Was gibt's, Mann? Nichts, Mann! Nichts! Alles gut! Suchen wir die Schlüssel! Jetzt! Ich seh dich nur von hinten! Ich seh dich nur von hinten! Nein! Das sock-Zin-Tack! Du musst jetzt ver compet prolongieren! Die Schiff-Schlüssel-Kbers-Kleiser ... Es ist ihnen gezeigt. Nein. Ich wollte gerade den Hut aufsetzen. So. Wieder beitreten. Ich bin gerade dran beizudrehen. Hm. Ja, aber jetzt sind wahrscheinlich alle Waffen wieder weg. Nehme ich mal an. Ich bin gerade dran beizutrehen. 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 Du kannst mich nicht sehen. Ich verspricht Ihnen auf rechts. Diese Situation bringt sich gerade das Beste in der Hand vor. Jetzt quietsch ich mal ein bisschen rum, die Ritter des Rechts Jetzt müssen wir da über die Brücke Ja, ich glaube, ich hab... oder? Das weiß ich jetzt nicht Arrete, das Teil... Okay, können wir nicht kombinieren... Das wäre so richtig gut Das reicht, ich hatte mal Spaß Reicht doch mal, hm? Was? Wer wirft denn ihr Zeug? Er soll schreien! Kaboom, Baby! Wie gefällt dir der Platz noch? Boah Auf die Typen sind das hier... Ja, dann komm mal her Oh! Hilfe! 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 Oh, das sehen wir uns Reichen Ich hab's! Verschwinden wir ja! Zurück zum Hangar, los! Boss, er versucht es nicht mal! Jo, knall ich den hier noch weg. So, hat ein Motorrad. Und jetzt? Achso, hier steht er oben. Ja, ich bin hinter der Mauer. Ah, cool. Alles klar. Nee, stopp nicht. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen wieder über die Autobahnbrücke, ne? Ja, aber links runter und dann da hinten links runter, ist klar. Ich weiß nicht, ob wir da durch können. Äh, Straßensperre, Straßensperre. Äh, da ist keiner. Ich weiß, wir sind nicht, ob wir da durch können. Hä? Woher hier denn? Nee. Wo kommst du denn nicht raus hier? Hier kommst du mal nicht, äh, runter. Und jetzt? Nein! Achtung! Ooooooh! Ich hab's in meiner Dingsbums-Waffe weg. Was? Nö, Bad Autobahn. Oh, Mann! Oh, Mann! Ist das hier, Mann, oder? Oh, oh! Nein! Ah! Das ist gut! So weit geht's! Ich bin schon da! Ich sehe dich doch nur ins Bogen! Nicht stören! Siehre nach Essen! Das ist super gut! Krieg ich nicht mehr Essen mehr? Ich bin schon da! Würden wir jetzt nachlaufen? Ich bin schon da! Okay, okay! Ganz ruhig! Nimm das! Bin ich dankbar! Hier! Gracias! Na, stopp! Die Tussis töte! Rennen! Miss! Miss! Schicken! Rennen! Miss! Miss! Schicken! Rennen! Miss! Bogen! Rauch! Und sagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! Ich weiß ja nicht mal... Ich würde manchmal echt alles dafür geben, zu wissen, woher dieses C gongelaster tot kommt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017